Die französische Schauspielerin Juliette Meyniel ist im Alter von 87 Jahren in Mexiko verstorben. Ihr Sohn, der italienische Schauspieler Alessandro Gassmann, bestätigte die traurige Nachricht auf Instagram. Bekannt wurde Meyniel durch Filme wie Schrei, Wenn du kannst und Kirmes. Besonders in Erinnerung blieb ihre Rolle in Kirmes, für die sie den Silbernen Bären bei den internationalen Filmfestspielen in Berlin erhielt. Weitere Erfolge feierte sie an der Seite von Bud Spencer in, sie nannten ihn Plattfuß, 1973. Sie hinterlässt ihren Sohn Alessandro und ihren Enkel Leo Gassmann. Die Todesursache wurde nicht bekannt gegeben. Meyniel verbrachte ihre letzten Jahre in Mexiko, wo sie schließlich verstarb. Ihre unvergessliche Präsenz wird in den Herzen ihrer Lieben weiterleben.